Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Escape from Tarkov. Wir sind in der zweiten Runde, nachdem ich meinen Account zurückgesetzt habe und sind natürlich immer noch im Pre-Wipe Event. Wir haben die Aufgabe, noch zwei Skaffs muss ich noch töten, die Schrotflinten habe ich mir mit meinem Skaff besorgt, genauso wie ein paar BT im Schuss und wir müssen ja auch BT erben. Genau, die Waffen haben wir das letzte Mal bei einem Boss gefunden, da haben wir Spieler getötet, das seht ihr in einer der letzten Folgen. Ja, erstmal vielen Dank für den Support und wenn es euch gefällt, lasst mir immer eure Liebe da, denkt an den Discord und an die Steam-Gruppe. Da wird schon geschossen, da gehen wir halt mal hin. Ja, da gehen wir halt mal hin. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir warten hier mal ein bisschen. Und das war's. Und ab geht's gleich in die dritte Runde. Aber ich hab immer noch meinen geilen Bug. Ihr seht's Leute. Ich hab keine Amor an. Ich hab nichts. Ich kann nämlich leider nichts bei den Händlern kaufen. Dazu muss ich erstmal Stufe 10 erreichen. Und das ist höchst interessant. Ich hab aber noch eine AK von dem Boss Fight. Und vor zwei Folgen oder vor einer Folge. Ich schneide die zusammen. Denn die zweite Runde mit meinem PMC lief ja nicht so well. Und das war's. Das war's für heute. Komm, hab was Tolles für mich. Also eigentlich haben wir hier unbeabsichtigt so eine kleine Hardcore Challenge laufen, bis ich Stufe 10 bin. Was das Ganze natürlich auch nochmal ein bisschen interessanter macht. Die Lunchboxy nehme ich auch mit. Das kann ich auch brauchen. Und da kommt eine Optik drin. Jetzt nehme ich alles mit. Okay, jetzt wird's interessant. Und vielleicht unsere ersten Keys vor dem Vibe. Das ist ziemlich nah. So ein bisschen Geld wert. Verkaufen kann ich bei den Händlern schon. Ich kann da leider nichts einkaufen. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Jetzt halte ich nie auf die Entfernung. Vielen Dank. Nein, der Optik kommt schon. Irgendwelche Munition, die ich nicht kenne. Unterschiede Bandage, oder? Ja, die nehme ich aber mit. Schade Marmelade. Schade Marmelade. Schade Marmelade. Schade Marmelade. Schade Marmelade. Schade Marmelade. Das dürfte der von uns verfolgte Spieler sein. Also, unabsichtlich verfolgt, möchte ich mal anmerken. Ja, von mir aus. Das ist unser Leber. Brauche ich für die Quest. Kann ich ab Stufe 10 tauschen. Das heißt nichts. Das heißt nichts. Schade Marmelade. Das ist unser Leber. 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 Definiert minor. Das hätte mich. Ich nehme dich. Vielen Dank. Die Schießerei war ein bisschen weiter rechts von uns. Die Schießerei war ein bisschen weiter rechts. 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 Das ist sehr gefährlich, was ich hier mache. Die Schießerei war ein bisschen weiter rechts. Ich glaube, das ist ein bisschen weiter rechts. Ich glaube, das ist ein bisschen weiter rechts. Das war nicht sehr weit weg. Das war nicht sehr weit weg. Das war nicht so 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 weit weg.